Herzlich Willkommen bei Reinigen werden Profi. Es geht jetzt langsam los mit der Theorie. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und ich denke mal, ich werde das jetzt so wie ihr es seht, demnächst auch weiter fortführen. Aber zunächst einmal ein Standbild von mir da unten rechts in die Ecke. So, die Gebäudereinigung. Eine Frage vorab, also es geht hier jetzt erst einmal um grundlegende Dinge. Und eine Sache, die ich vorab klären möchte, ich bin immer wieder verwundert, dass es Menschen gibt, die sich wundern, dass die Gebäudereinigung ein Ausbildungsberuf ist. Richtig gehört, ein Ausbildungsberuf, der in der Regel drei Jahre dauert. Dieser wird entweder im Blockunterricht oder eins bis zwei Tage in der Woche durchgeführt. Eins bis zwei Tage im Wechsel, das heißt, so wie es bei mir damals war. Dienstags hatte ich zum Beispiel theoretischen Unterricht und donnerstags war es praktischer. Es gibt natürlich auch Blockunterricht, da ist man halt viel, viel länger in der Schule, bis zu vier Wochen. Unterrichtet wird unter anderem Fachkunde, Politik, Wirtschaft, Sport und natürlich auch Praxis. Das ist je nachdem, welche Berufsschule ihr besucht, auch etwas anders. Da können ein paar Unterrichtsfächer dazukommen. Natürlich ist es möglich, je nachdem, wie ihr in der Prüfung abschneidet und wie eure schulische Leistung ist, die Ausbildung um bis zu sechs Monate zu verkürzen. Kommen wir zum Thema Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung. Da gibt es einige, wie zum Beispiel Desinfektor, natürlich auch der Tatortreiniger, das was im Allermunde ist, der Schädlingsbekämpfer. Viele steuern nach der Ausbildung den Meister an. Oder es gibt die Möglichkeit, nach der Ausbildung zu studieren und den Hygienetechniker zu machen. Es gibt diverse Weiterbildungsmöglichkeiten und diese sollte man nutzen und nicht an einer Stelle stehen bleiben nach der Ausbildung. Das, was die allermeisten interessiert, ist das Gehalt. In der Gebäudereinigung ist das Gehalt recht divers, sage ich mal. Man wird unterteilt in Lohngruppen von 1 bis 9. Ab 2024 bekommt man für die erste Lohngruppe 13,50 Euro und das geht hoch bis zu der neunten Lohngruppe 20,14 Euro. In der Regel wird man entweder in die erste Lohngruppe unterteilt, auch nach der Ausbildung, weil man eben nur für die Unterhaltsreinigung zuständig ist. Oder man wird in die sechste Lohngruppe eingeteilt als Glasreiniger und man bekommt 16,70 Euro nach Tarif. Wobei ich anmerken muss, dass Lohngruppe 1 und Lohngruppe 6 der Mindeststundenlohn ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe bisher noch keine einzige Firma angetroffen, die freiwillig bereit war, mehr als den Mindestlohn zu bezahlen. In der Regel ist es sogar, je nachdem, wenn man keine Ausbildung hat, weitaus drunter. Am besten kann man sich bei IG Bau auf der Homepage informieren, zu welcher Lohngruppe welche Tätigkeit gehört und wie da der Stundenlohn ist. Und ja, ihr werdet in der Ausbildung viel mit Unterhaltsreinigung zu tun haben, vor allem in Schulen und da müsst ihr auch Toiletten reinigen. So ekelhaft, wie das für manche klingt, das ist auch für die allermeisten abschreckend. Abschreckend, aber da muss man durch und da gibt es auch kein dran vorbei. Letztendlich kommt es natürlich auch selbst einem zugute, weil man eben die Techniken, die Theorie kennt und zu Hause auch mal selbst sauber macht. So, das war ein kleiner Schnupperkurs, wie der Theorieunterricht auf meinem Kanal demnächst stattfinden wird. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dann sage ich mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal, bleibt sauber, ciao.